Zuerst platzieren wir vier Dispensern nebeneinander und befüllen diese einfach mal mit Bone Meal. Dann platzieren wir drei Blöcke über dem Boden, einfach mal so eine kleine Barriere. Dann erstellen wir eine kleine Redstone Clock, schließen diese einfach mal an allen Dispensern an. Vor den Dispensern platzieren wir dann Bambus, aktivieren unsere Clock einfach mal. Wenn wir jetzt mit einem Goldschwert hier draufhauen, sehen wir einfach mal, unser Schwert geht einfach mal in 0,0 kaputt. Auch ein Holzschwert ist super schnell kaputt, also richtig nice.